Den Fluss aber konnte er nicht hassen oder bekämpfen. Er konnte nicht wütend werden auf ihn oder mit ihm hadern, wie er es sonst mit allem und jedem tat. Bei diesem Fluss blieb ihm nichts anderes übrig, als seiner Strömung zu folgen. Diese schlichte Erkenntnis gab für Don Juan den Ausschlag. Er beruhigte sich, und dann erlebte er eine freie Bewegung seines Montagepunktes. Plötzlich und unversehen merkte Don Juan, dass er nicht mehr von der brausenden Strömung mitgerissen wurde, sondern am Ufer des Flusses lief. Er lief so schnell, dass er keine Zeit zum Nachdenken fand. Eine mächtige Kraft zog ihn weiter. Er sprang über Felsblöcke und gestürzte Bäume, als wären sie gar nicht vorhanden. Nachdem Don Juan ein Weilchen in diesem irrwitzigen Tempo gelaufen war, wagte er einen Seitenblick auf die wirbelnden roten Wassermassen. Dort sah er sich selbst von der Strömung grob umhergestoßen. Keine seiner bisherigen Erfahrungen hatten ihn auf diesen Moment vorbereitet. Ohne Beteiligung seines Denkens wusste er, dass er an zwei Orten gleichzeitig war. Und an einem, nämlich in dem brausenden Fluss, war er hilflos. Seine ganze Energie sammelte sich in dem Versuch, sich zu retten. Ohne viel nachzudenken, begann er im spitzen Winkel vom Flussufer wegzulaufen. Er musste all seine Kraft und Entschlossenheit aufbringen, um sich Zentimeter für Zentimeter vom Fluss fortzuarbeiten. Es war so mühselig, als schleppte er einen Baumstamm hinter sich her. Er bewegte sich so langsam, dass es eine Ewigkeit dauerte, ein paar Meter zurückzulegen. Die Anstrengung war zu groß für Don Juan. Plötzlich lief er nicht mehr. Er stürzte in einen tiefen Brunnenschacht. Im Wasser landend schrie er auf vor Kälte. Und dann befand er sich wieder im Fluss, von der Strömung davongetragen. Seine Angst vor den brausenden Wassermassen war so stark, dass er sich unwillkürlich wünschte, er wäre am Flussufer und in Sicherheit. Im nächsten Moment war er dort drüben und lief in irrwitzigem Tempo neben dem Flussufer her, wenn auch in einigem Abstand. Irgendwann riskierte er einen Seitenblick auf das tobende Wasser und wieder sah er sich selbst kämpfend, um an der Oberfläche zu bleiben. Er versuchte, einen Befehl zu brüllen. Er versuchte, sich selbst zu befehlen, im spitzen Winkel ans Ufer zu schwimmen. Aber er hatte keine Stimme. Seine Angst um den im Wasser schwimmenden Teil seiner selbst war überwältigend. Sie diente als Brücke zwischen den beiden Personen Juan Matus. Und im nächsten Moment war er wieder im Wasser und schwamm im spitzen Winkel gegen das Ufer. Es war ein unglaubliches Gefühl, zwischen zwei Orten hin und her zu wechseln. Seine Angst war verschwunden, sein Schicksal war ihm egal. Ungehindert schwamm er abwechselnd im Fluss oder lief am Ufer entlang. Doch was er auch tat, er strebte beharrlich nach links. Er entfernte sich nach links vom Fluss und paddelte zum linken Ufer hin. Fünf Meilen Fluss ab kam er linksseitig an Land. Dort musste er im Gebüsch Unterschlupf suchen und abwarten, bis das Hochwasser sank. Er wartete eine Woche lang, bis er hinüberwarten konnte. Aber er wartete auch, bis seine Angst nachließ und er wieder heil und ganz wurde. Don Juan versuchte mir zu erklären, was damals mit ihm passiert war. Das starke, konstante Gefühl, um sein eigenes Leben kämpfen zu müssen, bewegte seinen Montagepunkt direkt an die Position des stillen Wissens. Er wusste natürlich nicht, was ihm geschah, denn er hatte nicht aufgepasst, wenn der Nagual Julian ihm vom Montagepunkt erzählte. Entsetzt stellte er sich vor, dass er womöglich nie mehr normal sein würde. Doch als er seine doppelte Wahrnehmung genauer erforschte, entdeckte er auch ihre praktische Seite. Und sie gefiel ihm. Tagelang war er ein doppelter Mensch. Er konnte der eine oder der andere sein, ganz nach Belieben. Er konnte auch beide gleichzeitig sein. Wenn er beide Personen war, sah er alles verschwommen und es fiel ihm schwer, aktiv etwas zu tun. Darum verzichtete er auf dieses Manöver. Aber wenn er der eine oder der andere war, eröffneten sich ihm unvorstellbare Möglichkeiten. Während er sich im Gebüsch erholte, merkte er, dass eine seiner beiden Personen flexibler war als die andere. Sie konnte weite Entfernungen blitzschnell zurücklegen, sie konnte Nahrung und Obdach finden. In dieser Person besuchte er einmal das Haus des Nagual, um zu sehen, ob man sich Sorgen machte um ihn. Er hörte die jungen Leute um ihn weinen. Das war eine Überraschung für ihn. Gern hätte er sie länger beobachtet, denn er wollte herausfinden, was sie über ihn dachten. Aber der Nagual Julian ertappte ihn und machte dem Lauschen ein Ende. Es war das einzige Mal, dass Don Juan wirklich Angst hatte vor dem Nagual. Der Nagual befahl ihm, mit diesem Unfug aufzuhören. Ganz unverhofft war er aufgetaucht. Ein tiefschwarzes, glockenförmiges Gebilde von ungeheurer Gewalt und Kraft. Und er packte Don Juan am Arm. Don Juan wusste nicht, wie der Nagual in diese Gestalt ihn packen konnte. Aber es schmerzte unerhört. Es war ein stechender Nervenschmerz, den er im Magen und in den Lenden fühlte. Sofort war ich wieder am Flussufer, erzählte Don Juan lachend. Ich stand auf und wartete durch den Fluss, der eben erst gefallen war, und dann machte ich mich auf den Weg nach Hause. Don Juan sah mich an und fragte, was ich von seiner Geschichte hielt. Ich fände sie abscheulich, sagte ich. Wie leicht hättest du im Fluss ertrinken können, rief ich. Welch eine Brutalität! Der Nagual Julian muss verrückt gewesen sein, um so etwas mit dir anzustellen. Halt, warte, protestierte Don Juan. Der Nagual Julian war teuflisch, aber er war nicht verrückt. Er tat, was er in seiner Rolle als Nagual und Lehrer tun musste. Gewiss, ich hätte ertrinken können, aber das ist das Risiko, das wir eingehen müssen. Auch du hättest von diesem Jaguar gefressen werden können. Bei allen Unternehmungen, zu denen ich dich verleitet habe, hättest du umkommen können. Der Nagual Julian war kühn und überlegen. Er packte alles direkt an. Da wurde nicht ängstlich auf den Busch geklopft. Da gab's keine beschönigenden Worte. Vielleicht war es eine nützliche Lektion für Don Juan, räumte ich ein. Aber die Methoden des Nagual Julian erschienen mir ziemlich absurd und übertrieben. Ich gestand, Don Juan, dass ich nach allem, was er mir über den Nagual Julian erzählte, ein sehr negatives Bild von diesem Menschen hatte. Wahrscheinlich fürchtest du, ich könnte dich in einen Fluss werfen oder in Frauenkleidern herumlaufen lassen, sagte er lachend. Das ist der Grund, warum der Nagual Julian dir unsympathisch ist. Don Juan hatte recht. Aber er versicherte mir, dass er die Methoden seines Wohltäters nicht nachahmen wolle. Bei ihm funktionierten sie nicht. Er sei, sagte er, ebenso rücksichtslos wie der Nagual Julian, aber lange nicht so praktisch veranlagt. Damals, fuhr Don Juan fort, wusste ich seine Kunst nicht zu würdigen und natürlich ärgerte ich mich über den Streich, den er mir gespielt hatte, aber heute bewundere ich ihn für die souveräne und direkte Art, wie er mich in die Position des stillen Wissens versetzte. Dieses unwahrscheinliche Erlebnis ließ Don Juan das Ungeheuer ganz vergessen. Ohne Begleitschutz ging er bis vor das Haus des Nagual Julian, dann besann er sich eines Besseren und ging zu dem Nagual Elias, um bei ihm Trost zu suchen. Der Nagual Elias erklärte ihm die tiefere Logik des Nagual Julian. Der Nagual Elias war furchtbar aufgeregt, als er Don Juans Geschichte vernahm. Tief bewegt erklärte er Don Juan, welch großartiger Pirscher sein Wohltäter sei. Immer suche er nach praktischen Lösungen, und sein Verhalten dort am Fluss, sagte der Nagual Elias, sei ein Meisterstück des Pirschens gewesen. Er habe alle manipuliert und verführt, sogar der Fluss habe seinem Befehl gehorcht. Während Don Juan in der reißenden Strömung um sein Leben kämpfte, habe der Fluss ihm geholfen zu verstehen, was der Geist sei. Und dieses Verständnis habe Don Juan die Chance eröffnet, direkt in den Zustand stillen Wissens einzutreten. Damals sei er ein unreifer Junge gewesen, erklärte Don Juan, und er habe den Nagual Elias angehört, ohne ein Wort zu begreifen. Doch die Intensität dieses alten Nagual habe ihm mächtig imponiert. Vor allem erklärte der Nagual Elias dem staunenden Don Juan, wie wichtig Klang und Bedeutung der Wörter für die Pirscher wären. Sie dienten ihnen als Schlüssel, um alle Türen aufzusperren. Darum müssten die Pirscher ihr Ziel mit Worten erklären, bevor sie es direkt angingen. Aber niemals dürften sie ihr wahres Ziel vorab verraten. Sie müssten ihre Worte vorsichtig formulieren, um die Richtung ihres Vorhabens zu verheimlichen. Ein solches Vorgehen bezeichnete der Nagual Elias als das Erwecken der Absicht. Der Nagual Julian habe die Absicht erweckt, sagte er, als er vor seiner ganzen Hausgemeinschaft verkündete, er werde Don Juan auf einen Schlag demonstrieren, was der Geist sei und wie er zu definieren sei. Dies war natürlich Unsinn, denn der Nagual Julian wusste recht gut, dass man den Geist nicht definieren konnte. Sein eigentliches Vorhaben war ja, Don Juan in die Position des stillen Wissens zu bringen. Nachdem der Nagual Julian diese Erklärung abgegeben hatte, die sein wahres Ziel verheimlichte, rief er möglichst viele Menschen zusammen und machte sie, wissend oder unwissend, zu seinem Komplizen. Alle kannten sein erklärtes Ziel, aber keiner wusste, was er wirklich im Sinn hatte. Der alte Nagual Elias hatte gehofft, Don Juan mit dieser Erklärung aus seiner trotzigen Gleichgültigkeit aufzurütteln. Er hatte sich getäuscht. Dennoch fuhr er unermüdlich fort mit seiner Erklärung und offenbarte dem verstockten Schüler endlich, dass er, gegen die Strömung des Wassers kämpfend, den dritten Punkt erreicht habe. Die Position des stillen Wissens bezeichne man als dritten Punkt, erklärte der alte Nagual, weil man nur über den zweiten Punkt, den Platz ohne Erbarmen, dorthin gelangen könne. Don Juans Montagepunkt, sagte er, sei so beweglich geworden, dass er als doppelter Mensch existierte. Er könnte sowohl am Platz der Vernunft als auch am Platz des stillen Wissens sein, abwechselnd oder gleichzeitig. Der Nagual Elias bewunderte Don Juans großartige Leistung. Er umarmte Don Juan wie ein Kind. Er konnte sich gar nicht beruhigen, wie geschickt Don Juan seine ganze Energie von einem Ort zum anderen transportiert habe und dies, obwohl er nichts von alledem wusste oder vielleicht gerade, weil er nichts wusste. Der Nagual Elias war überzeugt, dass Don Juans Montagepunkt von Natur aus sehr beweglich sein musste. Und er verriet Don Juan, dass alle Menschen zu solcher Beweglichkeit veranlagt sind. Bei den meisten aber liegt sie brach und wird niemals genutzt, außer bei seltenen von den Zaubern absichtlich herbeigeführten Gelegenheiten, zum Beispiel Don Juans Erlebnis im Fluss oder dramatische Vorgänge wie ein Kampf auf Leben und Tod. Wie hypnotisiert lauschte Don Juan der Stimme des alten Nagual. Wenn er sich ganz auf den Klang konzentrierte, verstand er alles. Was dieser Mann sagte, beim Nagual Julian war ihm dies niemals gelungen. Die ganze Menschheit, erklärte der alte Nagual, befinde sich noch am ersten Punkt, aber nicht bei jedem Menschen sitze der Montagepunkt direkt in der Position der Vernunft. Die wenigen, bei denen sich der Montagepunkt direkt in dieser Position befinde, seien die wahren Führer der Menschheit. Meist wären es unbekannte Leute, deren Genie im stillen Üben ihrer Vernunft bestünde. Doch es gab einmal eine andere Zeit, sagte der alte Nagual, als die Menschheit sich am dritten Punkt befand. Dieser war damals natürlich der erste Punkt. Erst später sollte sich die Menschheit zum Punkt der Vernunft bewegen. Aber auch vorher, als noch das stille Wissen der erste Punkt war, saß der Montagepunkt nicht bei allen Menschen in dieser Position. Die Anführer der Menschheit waren also jene wenigen, deren Montagepunkt sich direkt auf dem Punkt der Vernunft oder auf dem Punkt des stillen Wissens befand. Der große Rest der Menschheit, sagte der alte Nagual zu Don Juan, wären nur Zuschauer. Heute wären es die Anhänger der Vernunft. Früher waren es die Anhänger des stillen Wissens. Beide Gruppen von Anhängern bilden das große Publikum, das die Helden beider Positionen in Hymnen und Eben feierte. Den größten Teil ihrer Geschichte habe die Menschheit in der Position des stillen Wissens verbracht, sagte der Nagual Elias. Daher auch unsere mächtige Sehnsucht nach dieser einstigen Position. Don Juan fragte den alten Nagual, was ein Wohltäter, der Nagual Julian, eigentlich mit ihm einstelle. Die Frage klang intelligenter, als sie eigentlich gemeint war. Die Antwort des Nagual Elias war damals völlig unverständlich. für Don Juan. Er sagte nämlich, der Nagual Julian wolle Don Juan ausbilden und seinen Montagepunkt in die Position der Vernunft lenken, damit er sich zum Denker entwickeln könne, statt Teil eines ungebildeten, aber emotional überreizten Publikums von Anbätern der Vernunft zu bleiben. Gleichzeitig aber wolle er Don Juan zu einem wahren, abstrakten Zauberer ausbilden, damit er nicht Teil eines pathologisch unwissenden Publikums von Anbätern des Unbekannten bleiben müsse. Von dem Nagual Elias erfuhr Don Juan auch, dass nur derjenige, der ein Beispiel an Vernunft ist, seinen Montagepunkt leicht bewegen kann, um zu einem Beispiel an stillen Wissens zu werden. Die wenigen, bei denen sich der Montagepunkt direkt in einer der beiden Positionen befinden, können die jeweils andere Position deutlich erkennen. Auf diese Weise, sagte der Nagual Elias, sei das Zeitalter der Vernunft gekommen, denn aus der Position des stillen Wissens sei die Position der Vernunft deutlich erkennbar gewesen und habe die Sehnsucht der Menschen geweckt. Es sei eine Brücke mit Einbahnverkehr, die vom stillen Wissen zur Vernunft führe. Diese Einbahnbrücke, erklärte der alte Nagual, bezeichne man als Interesse. Jenes Interesse also, das die wahren Vertreter stillen Wissens für die Quelle ihres Wissens aufbrächten. Die andere Einbahnbrücke, von der Vernunft zum stillen Wissen, bezeichne man als reines Verstehen, also die Einsicht der wahren Vertreter der Vernunft, dass die Vernunft nur eine Insel in einem unendlich weiten Meer voller Inseln sei. Ein Mensch, bei dem beide Einbahnbrücken funktionieren, sagte der alte Nagual Elias, sei ein Zauberer. Er stünde in direktem Kontakt mit dem Geist jener lebendigen Kraft, die beide Positionen ermöglicht. Was der Nagual Julian am Fluss mit Unquan angestellt hatte, so sagte der Nagual Elias, sei ein Schauspiel gewesen, nicht für ein menschliches Publikum, sondern für den Geist. Jene Kraft, die ihn stets beobachtete. Er sei fröhlich umhergetanzt und gesprungen und habe alle unterhalten, vor allem aber die Kraft, die er beschwören wollte. Denn der Geist hört nur zu, wenn der Sprechende in Gesten spricht, versicherte der Nagual Elias. Solche Gesten sind aber nicht Zeichen der Körpersprache, sondern Taten von wahrer Freude, Taten von wahrer Freigiebigkeit, von wahrem Humor. Als Geste für den Geist verschenken die Zauberer ihr Bestes und opfern es still dem Abstrakten. Zauberer und